Ja, sorry, dass wir nicht in deinen old days sind. Wenn man ganz normal Overwatch spielen will. Oh, das ist ein Bagger, Leute. Der ist das Bagger. Können wir kurz zusammen warten? Können wir kurz zusammen warten? Das ist Chunkratz. Das ist Chunkratz. Das ist schon Chunkratz. Warum muss diese komische Turrets da machen? Was soll das? Du bist so hässlich. Doch. Doch. Warum spielen wir nochmal gegen die? Die haben 2-0 verloren und das Einzige was die macht ist, Oh, schau mal, da mache ich noch ein Geschütz und da und da. Ich mache gar nichts, aber meine Geschütze machen alles. Ich bin noch schlimmer als Torbien, weil ich habe ganz viele. Ich wurde von so einem dämlichen Geschütz getötet, weil die da zwei so psssssss. Psssssss. Psssss. Es gibt Re-Def. WTF. Schon wieder diese Geschütze. Die haben ein neues Metal. Was willst du? Ob sie Recoil hat. Ob sie Recoil gibt. Ich coil dir auch gleich einen. Na, ja, aber nicht wirklich Shield-Tanky. Sie ist Tanky für sich selbst. Ach, dann spielt jetzt Ana. Aber nicht fürs Recht für sich. Ja, ich bin da lieber. Hey, Sir, komm her. Wie hoch sind die Geschwindsch aus? Ich spiele jetzt Ana. Jetzt haben die, die haben zwei Snipes. Wir haben zwei, die nur da noch stehen und Pium. 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 Ah. Danke fürs Heilen. Da ist schon wieder ein Snipe da oben. Vor uns, über uns, mittel, unter uns. Bäsches nach hinten, denkst. Oh, oh. Und mein Google macht es nicht einfacher. Mein Google ganz hört, was siehst du von mir? Ich hab dich nach nichts gefragt. Okay, Google. Bäschen. 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 Mh, das sieht man gern. Aua. Puh. Sorge weg. Bäschen down. Da, er spielt den schlechtesten hier und das hat er jetzt auch gespürt. Bäschen. Bäschen. Bäschen.